Hallo und herzlich willkommen zum, wie man sieht, Superboost 2017 in Berlin. Mein Name ist Gabi Lukas von DVD Lernkurs. Ich bin jetzt hier vor Ort mit zwei meiner Autorenkollegen, die sich jetzt hier noch mal getrennt einzeln vorstellen. Hallo, mein Name ist Wolfgang Benke und ich werde mir auf dem Superboost hauptsächlich modulare Synthesizer-Software in diesem Bereich mal ansehen und vielleicht ergibt sich ja das eine oder andere interessante Thema für einen kommenden Lernkurs. Hi, ich bin Nils Hoffmann. Ihr kennt mich vielleicht von der Hands-on Ableton Live-Reihe und wie ihr euch schon denken könnt, werde ich zunächst mal gucken, ob es am Stand von Ableton was Spannendes, Neues gibt und ansonsten werde ich für euch einfach mal die Augen und Ohren offen halten nach vielleicht etwas ungewöhnlichen Dingen, die man so in der Form vielleicht noch nicht gesehen hat. Das ist so mein Plan für heute. Alles klar, ich würde sagen, wir schwärmen jetzt dann aus, picken einige der interessantesten Dinge, die uns aufgefallen sind, raus und die werden wir euch dann in jeweils eigenen Videos noch mal genauer vorstellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.